hallo und herzlich willkommen zu dieser podcast folge ab januar 2023 wird jetzt immer meine kamera mit laufen ja genau also wenn ich jetzt hier eine podcast folge aufnehme wird es gleichzeitig ein youtube video ich habe mir für den januar 2023 ein ganz bestimmtes thema ausgeguckt oder ausgewählt und zwar was ist wenn junge hunde ins haus kommen und wie sehen dann die nächsten monate aus es gibt sicherlich einige von euch die da schon an die belastungsgrenze ihrer nerven gegangen sind und ich kann euch sagen mir ist das auch passiert und zwar mit beijo mit häsel und mit der teja die drei kamen aus portugal mitte letzten jahres sprich also im sommer ende sommer zu mir zu uns und ja am anfang ist ja immer noch alles ganz süß und die sind ja auch so schnuckelig und davor fällt man ja auch schnell mal in diesen milch einschuss modus und dann lässt man bestimmte dinge auch schon mal gerne durchgehen ich bin wirklich sehr sehr konsequent aber die drei die haben es geschafft mich um die pfote zu wickeln es waren wirklich sehr schwere monate letztes jahr und ich kann euch sagen dass ich so manches mal an euch gedacht habe die ihr mir immer wieder mail schreibt die mir nachrichten schicken die ins revier für hunde kommen und meine hilfe oder die hilfe meiner coaches brauchen und ich habe oft an euch gedacht und wenn man schon einen kleinen hund oder einen jungen hund in die familie bekommt dann ist das ja eine sache aber wenn es dann gleich drei sind und dann auch noch drei solcher quirligen geister die ihr durchs haus geschwebt sind kann man schon fast sagen es war wirklich echt anstrengend wenn ein hund anfängt unfug zu bauen dann machen die anderen halt gerne mit wenn ein hund die auf der nase rum tanzt dann gibt es dann eben die anderen hunde die dann die gunst der stunde nutzen und dann eben in einer anderen ecke des hauses oder des gartens dann eben mal auf gut deutsch die sau rauslassen und so ist mir das mit den dreien passiert also ich habe auch sofort erkannt wer der feuerleger ist also der brandstifter und zwar die beijo ja verrückt dass ich die beijo als allererstes in portugal ausgewählt habe weil ihr könnt euch daran erinnern dieses video wo ich sie auf dem arm hatte und sie mir mit den pfoten so richtung gesicht ging dieses video ist absolut viral gegangen das hatte so viele klicks das war unfassbar und genau dieses gefühl was in diesem video transportiert wurde und so viele menschen in ihren herzen erreicht hat war der grund dafür dass ich mich habe von beijo im herzen erreichen lassen genau das war der punkt also sie hat mich sofort getriggert es war so dieses kleine süße unschuldige ein bisschen freche vorwitzige und ich stehe normalerweise echt auf große hunde nur in den letzten jahren sind immer wieder hunde zu mir gekommen und die boden halt immer kleiner ja auf der anderen seite muss ich euch sagen ich bin eigentlich nach portugal gereist auch im namen des tierschutzes und habe gedacht okay wenn irgendwo ein großer rüde dabei ist dann könnte ja noch ein großer rüde ins ins revier passen weil der barbo bräuchte mal unterstützung und ja und demnach hatte ich eigentlich mein hauptaugenmerk wenn überhaupt auf einen rüden gelegt dass es dann drei hündinnen wurden das ist halt schicksal so spielt das leben und so war es dass ich gemeinsam mit der lisa in erst im nordwesten von portugal war in der nähe von lissabon und da in der einrichtung bei der anna und da haben wir die techer im zwinger gesehen und die sind sofort aufgefallen und der lisa noch mehr als mir und es ging relativ schnell wir haben gesagt ob sie mal zu uns kommen könnte aus dem zwinger raus und sie war damit fünf oder sechs anderen hunden drin und dann ist sie rausgekommen und ja sie sie war halt kein rüde aber sie war wunderschön sie war ein traum sie hatte so eine ruhige ausstrahlung und sie hat uns sofort gekickt das muss man ganz klar sagen ihr wesen ihr aussehen dieses gestromte fell und ja wir waren sehr angetan und haben uns auch sofort verliebt tja es war halt kein rüde aber egal ja dann sind wir die die techer ist ja noch da geblieben wir sind dann in den süden von portugal an die agave gefahren habe ich auch eine gute freundin die gisela die macht dort auch tierschutz in der nähe von lagoa und ja die hat auch hatte sehr viele hunde da und sehr viele junge hunde auch da und ja dann plötzlich liefen da diese zwei kleinen zwerge rum sie waren noch sehr jung sie waren sehr süß und und dann passiert es relativ schnell ja beijo kam zu mir hasel kam zu mir erst beijo dann habe ich mit beijo rumgeschmust und finde ganz toll und süß und klasse und ja ich kenne das ja ihr kennt es oder das halt anders als bei menschen bei menschen braucht man immer so eine zeit lang ehe man sich verliebt bei hunden verliebt man sich innerhalb von sekunden da geht so schnell und da kann man und sollte man noch nichts gegen machen weil das sind ein herzgefühl ein bauchgefühl ja ich habe dann mit der beijo rumgeschmust und dann habe ich sofort gemerkt dass ja es kein rüde ist auch nicht groß ist vielleicht gerade mal drei kilo schwer und eine hündin und und wie 14 15 wochen alt und ja als gisela dann noch zu mir meinte ja die die häsel und die beijo die haben überlebt die sind gefunden worden im einkaufswagen draußen irgendwo an der mülldeponie als ich glaube sieben welt waren tot und die zwei hat die gisela dann noch mit der hand aufgezogen also noch aufgepäppelt sonst hätten dies auch nicht geschafft und ja das war natürlich dann noch mal dieser zusätzliche einschuss für mich wo ich gesagt aber die waren auch noch fast tot und jetzt leben sie die meine güte haben die einen bock auf ein geiles leben und dann habe ich gedacht auch ja dann nimmst du die die beijo und und ja die die techer da war die entscheidung ja schon gefallen tja und dann meinte gisela zu mir ja aber die beijo kannst du nur nehmen wenn du die häsel auch nimmst warum weil das sind geschwister und die gehören zusammen und die sollten nicht getrennt werden okay also eigentlich sollte es ja ein rüde werden und groß jetzt sind es zwei hündinnen zwei kleine hündinnen zwei junge hündinnen und dann auch noch die techer die ja noch im nordwesten oder nordosten von von portugal da auch noch wo die entscheidung ja auch schon gefallen war ja gut lange rede kurzer sinn es wurden drei hündinnen und diese drei hündinnen zogen dann bei uns ein also beijo und häsel sind ja mit uns gereist viele von euch haben die reise auch miterlebt im auto im am flughafen in lissabon den ganzen flug die autofahrt und dann das ankommen auch hier bei mir zu hause tolle geschichte fand ich und die haben das super gemacht wirklich die zwei die haben das genial gemacht die waren so tapfer die haben auch im flughafen flughafen im flugzeug die waren echt vorbildlich wo schon gedacht habe wow was für super tolle hunde so jung und schon ja so so souverän aber das war natürlich auch die aufregung und da sind man schon die zeigen sich dann schon mal gerne auch anders als wenn sie dann zu hause gelandet sind und davon konnte ich mich dann auch selber live und in natur von überzeugen denn als sie dann ungefähr weiß ich nicht vier stunden ein paar tage hier waren dann ging es los also dann kam dieses typische verhalten von jung und hunden und die zwei hatten nur flusen im kopf ich sag's euch die haben nur scheiße gebaut echt es war die reinste katastrophe das war die sind wenn die nicht so süß gewesen wären dann hätte ich gesagt wie halten manche menschen das aus man darf dazu sagen immer hunde aus dem tierschutz um diesmal jetzt zwei junge mädels im gleichen alter auf einschlag das habe ich mir auch vorher noch nie angetan und da bin ich wirklich an meine grenzen gestoßen und ja manchmal zu der lisa gesagt die menschen die junge hunde haben und mit denen nicht klarkommen die brauchen echt starke nerven viel zeit viel geduld die nötige konsequenz und viel viel liebe das ist ja auch das was ich euch immer erzähle was ihr braucht aber wenn es wenn man es dann mal live erlebt und in farbe und direkt mit zwei jungen hunden das ist eine aufgabe ist wirklich eine aufgabe aber aber diese aufgabe hat ja auch immer einen hintergrund und es der hund kommt nicht einfach zu uns oder hunde kommen nicht einfach zu uns weil sie nur in unser leben gekommen sondern sie kommen in unser leben weil wir in die veränderung gehen und weil wir noch lernen dürfen an unseren herausforderungen an den hunden zu wachsen ja das habe ich mir dann auch gedacht ich kann ja noch viel lernen auch und bin ja auch bereit dazu und ja so zogen die tage und die wochen und die monate ins land und man darf dazu sagen dass die tja ja dann drei wochen vier wochen später nachdem beige und häsel sich eingelebt hatten dann kam tja und tja hatte auch faxen im kopf und als herdenschutzhund ja hat sie auch schon mal versucht so ein bisschen so die die grenzen zu überschreiten so auf eine nette dickköpfige art und weise auch schon mal in frage zu stellen ob man dann seinen knochen wieder abgeben soll ob man sich an der leine vernünftig verhalten soll oder ob man beim füttern den napf versucht zu verteidigen ja dann schon mal stress anfangen mit der miez oder mit der molly man darf dazu sagen insgesamt sind es neun hunde jetzt in einem haushalt und das ist schon ist schon hausnummer ganz klar also wer schon einen hund hat und kommt da schon mal an seine grenzen der kann sich vorstellen wie das bei neun hunden ist zumal meine marie die jetzt schon auch fast 14 wird die war ein bisschen angenervt am anfang die molly die hat gedacht was ist denn jetzt hier los was kommt denn jetzt hier ins haus aber mit dem mit dem nötigen management und mit der verantwortung die man den hunden gegenüber trägt und mit der liebe und mit der zeit die man dazu braucht klappt das schon alles also ich kann nicht mehr heißt ich will nicht mehr und wer noch will der der geht auch alle wege das ist man darf da nicht so schnell aufgeben man darf aber auch schon mal so momente haben hatte ich auch wo ich da gesessen habe und da sind die tränen geflossen und ich habe gedacht was hast du dir jetzt angetan also drei junge hunde auf einen schlag ist das okay dann habe ich auch gemerkt die marie zog sich ein stück zurück die molly zog sich ein stück zurück habe ich schon darüber nachgedacht ja ob das die gut eine gute entscheidung war auch meinen meinem bestehenden rudel gegenüber und wenn dann irgendwie 100 mal nein und lass es und jetzt reicht es aber fällt dann sind das hunde wie marie molly mit und ola gar nicht gewohnt weil die einfach super cool und souverän sind und auch schon so viele jahre bei mir sind ja aber dann fing ja auch ola an mit beijo irgendwann zu spielen das finde ich dann auch süß also so hat sich dann irgendwann alles gefunden und als tischer dann kam und die sich auch so ein stück weit eingelebt hat ja da war irgendwie zwischendurch die welt echt auf den kopf gestellt aber sie war auch super schön ich hatte so schöne wundervolle momente bei spaziergängen wenn die hunde gespielt haben eine geschmust haben die hier durch im garten getobt sind und ich habe immer wieder daran gedacht hey diese hunde die lieben es jetzt zu leben und sie leben ja im jetzt und ich weiß dann dass diese freiheit wenn ich die hunde so beobachten kann in ihrer in der natur des hundes im sein dann ist das für mich ein riesen geschenk und das macht alles den ganzen stress alles wieder weg wenn man einen moment dann mit der teche im korb liegt und sie dreht sich auf den rücken und schmust mit einem dann ja dann steht die welt still und dann wenn dann noch so eine beijo kommt und kriecht auf 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 den hundebrust warzen in den korb rein und will mitschmusen dann ja ich erinnere mich gerade so an diese momente und die habe ich ja jetzt andauernd und das ist einfach ein wunderbares geschenk das ist einfach sehr 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 schön deshalb kann ich euch nur mit auf den weg geben dass wenn ihr so phasen habt wo es echt schwierig wird wo es anstrengend wird wo ihr merkt ich habe die schnauze so dermaßen voll es reicht mir jetzt langsam bleibt bitte souverän und erlaubt euch auch schon mal dass ihr sagt jetzt muss ich aber irgendwie mann brüllen lassen jetzt muss ich mich auch mal kurz zurückziehen jetzt darf ich auch mal eine strophe weinen jetzt bin ich wirklich an meine grenzen gekommen ich habe jetzt keinen bock mehr auf hunde beziehungen geschweige denn erziehung den ganzen tag also ihr dürft euch das eingestehen dass ihr auch schon mal schwache momente habt und dass es auch tage gibt wo ihr vielleicht alles auch in frage stellt aber habt verständnis für euch und für euren hund oder für eure hunde ihr braucht einfach die zeit um miteinander zu wachsen und die hunde machen das nicht extra die hunde brauchen einfach diesen zeitraum auch um anzukommen um euch auch kennen zu lernen die hunde dürfen ja erst mal schauen wie ist die ganze struktur wie ist der ablauf ist der tagesablauf wann gibt es futter wann gehen wir spazieren wie gehen wir spazieren und ich kann euch nur sagen dass wenn man mehr als zwei drei oder vier hunde hat dann sollte man wirklich noch mehr eine struktur in den tag bringen wenn man junge hunde hat und oder 100 die gerade erst in die familie kommen jetzt irgendwie drei hunde hat und die leben schon seit fünf sechs jahren zusammen leute ich meine oder habt ihr doch die meiste zeit echt ein cooles leben und die hunde auch also haltet die nerven bleibt entspannt bleibt ruhig und nehmt euch ein beispiel an mir ich gestehe mir auch ein dass es tage gegeben hat wo ich echt ziemlich am ende war weil dann spielten noch andere faktoren eine rolle und dann hat man wenn man so eins zum anderen kommt hat man irgendwann das gefühl warum kommt das jetzt alles zu mir muss das sein und aber nichts bleibt für immer weder das gute noch das schlechte deshalb dürft ihr euch immer wieder im gleichgewicht dieser beiden pole wiederfinden und sagen ja gut jetzt hatte ich heute mal einen schlechten moment mit den hunden oder schlechten tagen schlechten spaziergang aber ich habe ja auch schon echt viel erreicht und das schicke ich euch jetzt mal raus nach draußen alle die die einen hund nach hause bekommen haben und alle die die für die es schon anstrengend war oder anstrengend ist oder noch anstrengend sein wird ihr habt ein gutes werk getan ihr gebt euer bestes ihr seid für den hund da ihr gebt ihm ein zuhause gebt ihm streichlein halten ihr schmust mit ihm liegt mit ihm auf der couch ihr geht spazieren geht in die hundeschule ihr macht ja alles also ihr macht das gut und da dürft ihr euch mal auf die schulter klopfen das ist absolut in ordnung und manchmal reicht es einfach aus wenn man nur 20 prozent gibt es müssen nicht immer die 100 prozent sein die braucht der hund auch nicht andauernd und ihr solltet halt schauen dass ihr euch bei dieser ganzen geschichte nicht vergesst ok ja also nerven halten struktur reinbringen und viel liebe und die nötige konsequenz und dann seid ihr schon auf einem richtig richtig guten weg vermeidet bitte aggressionen an hunden auszuleben ja das ist nicht gut wenn ihr irgendwie dann komplett ausflippt oder so der seit total sauer das bringt niemandem etwas geht lieber mal irgendwo an den box sack oder geht mein wald schreit mal laut geht mein zimmer schreit ins kopfkissen rein das ist echt besser als das irgendwo an den hunden auszulassen gut ihr lieben also bleibt bitte auf eurem weg ich hoffe dieses video hat euch gefallen und dieser podcast hat euch gefallen und jetzt ja geht gemeinsam mit den hunden auf entdeckungsreise und auf dem weg werdet ihr lernen mit bestimmten situationen umgehen zu können das macht spaß im nachhinein wenn der stress vorbei ist hat man immer wieder daraus gelernt und man weiß man kann diese erfahrungen dann wieder einsetzen oder auch an andere menschen weitergeben und dann seinen hund weitergeben deshalb lasst euch nicht vom weg abbringen ist er gut so wie ihr seid ihr könnt immer noch dazu lernen ich auch fühlt euch mal ganz herzlich umarmt und die menschen die gerade den hals echt voll haben und sagen bei euch habe gerade echt die nase richtig voll denen schicke ich jetzt mal richtig gute energie rüber und sage euch die zeit geht vorbei ihr werdet es schaffen ihr werdet es auf jeden fall schaffen bleibt dran und jetzt trinkt euch mal einen tee und lasst den köter einfach mal köter sein köter sage ich übrigens nicht als schimpfwort sondern ganz liebevoll weil ich mag es wenn hunde einfach noch sowas von dem köter haben sowas ursprüngliches und nicht schon so so wirken als hätten sie nur zwei beine ja also alles gut auf eurem weg und wenn euch dieses video gefallen hat dann abonniert doch meinen kanal und liked dieses video und ja mein podcast der wird jetzt immer regelmäßig erscheinen und die youtube videos auch hat mir mal wieder spaß gemacht so wisst ihr was ich jetzt mache ich mache mit dem tee bis dann ciao